hallo leute ich bin ein bisschen krank das mal von weg ich bin ein bisschen erkältet wir spielen heute mal welter vorschipps hier ist wieder der tomcat und komm wir hauen einfach mal rein hier deutsches schiffchen guck mal ich hoffe finden hier direkt und da geht es schon los sind ja einige schiffe dazugekommen noch ein paar neuerungen dachte ich spiele jetzt mal wieder eine runde ich habe sie jetzt ja habe schon wieder einige schiffe wurde ja alles resettet also die schiffe die ich in der beta hatte habe ich noch nicht geht es schon los oder nicht und vielleicht doch mal sehen das ist die karte ist immer ganz lustig weil man trifft sich doch meistens immer bei b das schießt schon mal so wir gucken mal ich weiß nämlich gerade nicht wie wir schießen können 8,3 kilometer wir müssen relativ nah ran aber ich habe sechs kanonen pro seite ich habe eine relativ hohe feuerrate ich stürze mich direkt wieder abwarten gibt es nicht abwarten ist nicht den anderen machen irgendwie stehen ziemlich viele sind gerade doch jetzt so zwölf kilometer das ist natürlich schon viel zu weit da kann ich nicht hinschießen kommt er doch der kommt der kommt der kommt die andere richtung wir drehen jetzt ab von richtung c ja den kann jetzt entschieden berg in der mitte so man sieht hier so eine lackierung und zwar verringert dass die treffer genauigkeit des gegners kostet 12.000 credits für jeden kampf aber ich bei jedem schiff jetzt mal drauf und kommt ja eine flache quatschen doch der ist schon kaputt noch ein bisschen drehen dass die ach wie ich diesen nebel hasse und da kommt noch ein das ist schon kaputt mich allein? ne da ist noch einer das dumme gefühl dass hier gleich tropäder kommen maß den zerstörer als er werde das nicht los der ist aber er ist müde ich das ist müde ich bin entdeckt so jetzt knallen wir hier mal volle möhre rein das zerstöre jetzt fahren wir nicht in die kiste wie ich sag das das haben sie roten da ich sehe hier mal mit den in die Kameras natürlich stre ich es nicht das was man jetzt hier sieht die 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 feuerradio von den geschicht der knaller von steck dran ach so der brennt ja schon hart war doch ein brennt gesteckt ist ja so will man sehen und so der ist kaputt ein zerstörer ich mache mal hier andere munitionen die andere macht eigentlich mehr so 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 ich hoffe ich glaube ihr hört das geklinge noch mal aus jetzt läuft er hoch ach schon wieder mein kill jetzt gibt es nicht verdammt ach die munition ist kacke ach was mache ich denn wie schon gewonnen oder verloren so wie lange nehme ich auf 10 minuten 1 geht noch mal schnell teamwertung geht so ne zurück zum hafen ich sammle jetzt erstmal überall den bonus ein ist klar ne da haben wir die tracen das kann ich euch mal schnell hier zeigen und zwar ist die lackierung hier minus 4 prozentvolle genauigkeit das gegners habe ja automatisch auch 512.000 kann man nichts sagen morgens ist das immer ich nehme gerade morgens auf ein bisschen schwierig mit gruppe finden hier gefecht finden da wo gerade geht schon echt gut oh lauter das war der kawahi mei die jüde battleship der pixel fehler 680 haben statt so nach der runde gibt es denn jetzt schon mal einen cut ach geht es schon los ich warte mal drauf dass es los geht aber es geht ja schon los da sind wir nicht gerade hier mit dem gefahren ne die hat nur 6 die andere hat 8 genau so eine menge im stoff ja mit einem reines getümmelchen wie weit kann ich mit dem ding schießen 9 kilometer ohne so richtig weit aber so ist es ich bin entdeckt jetzt drehen wir hier wenn wir das ding klemmel aufs konto jetzt vorbei oh da kommt schon der erste zerstörer den müssen wir natürlich jetzt drehen wir hier so oder in die andere richtung klatschen hätte man jetzt keine tränen der tropie das abschließend nachdem nachdem röp ist klar und drückte die ruder einheit Oh, zu weit vorbehalten Träner noch Nach der Nerven Okay, dann setzt er erstmal Licht Macht der das so Yes So, ist der nächste anreichende hier So, keine Ahnung, wo der Kunde hin ist Auf jeden Fall sowas Unregend So, das Enemy Team Ich denke, die haben das hier Alle drei Was ist das? Oh Weiter dritten Da kommt der Kohlberg Und da hinten war das Süd-Karoline Jetzt haben wir hier wieder so Ein Schnuckibär Ey, was Jetzt ist der natürlich weg Jetzt müssen wir hier mal meinem Kohlberg da unten helfen Zehn Kilometer Und dann können wir das ganz genau auf den da drauf halten Oh, ich werde mich in der Vorhelle gehalten Und dann können wir das hier drauf halten Das passt auf keine Kuhhand So, da ist noch einer Wollte ich sagen Äh, der dreht Ja, das dachte ich mir schon Ja, sehr schön Jetzt ist schon wieder So, der hat jetzt dadurch, dass er seine Torpedos da so dämlich verschossen hat Jawohl, die Ruderanlage Yes Ah, der hat zu weit gehört Gibt da noch Stoff, der Kohlberg hier Och, komm, wer denn im Weltreifen da? Oh, Torpedos Ah, kacke So Ich Wenn man nicht aufpasst Ne, ich fahre immer zu gerade Ich muss Kurven fahren Das ist immer mein Verhängnis da Ich fahre zu gerade So, wir brauchen zwei Punkte Das macht uns keinen Sinn So Wir sind noch im Gefecht Vielleicht kommen wir irgendwann mal wieder So Ähm Ne, 1 können wir jetzt noch machen Wir können nämlich hier Ne, können wir nicht Aha Ah, doch Genau 1500 Mit dem Tester Und zwar wegen weiterschießen So, jetzt können wir nämlich 9,1 Kilometer Schießen Es sind nicht nur 8,5 8,3 Genau so Und das nehmen wir nachher Gut So Dann sage ich mal Danke fürs zugucken Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Vielleicht haue ich sie alle hintereinander raus Mal gucken Ich nehme jetzt auf jeden Fall noch ein paar auf Und Wir werden natürlich die täglichen Bohnen hier mit den anderen Schiffen abarbeiten So Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin Ciao, ciao Bis zum nächsten Mal